Aus Russlands Entwicklung wird der Welt grössere Hoffnung erwachsen. Im FIGU Bulletin, NONJER Ein Vom April 1995 schrieb Billy in einem Artikel über die Russland-Hilfe der FIGU folgende Worte. Swati, weil ich sehr genau weiß, dass dieses Land und dessen Menschen jene sind, aus denen der wirkliche Frieden für viele Völker hervorgehen wird. Eine Tatsache, die sich bereits mit Gorbatschow, Glasnost und Perestroika zu Bewahrheiten begann und mit der Abschaffung des Kommunismus. Darüber schrieb schon der schlafende Prophet Edgar Cayce folgende Worte. Aus Russlands Entwicklung wird der Welt größere Hoffnung erwachsen. Dann können derjenige und die Gruppe, die engere Verbindung haben zu Russland, schrittweise Veränderungen und die endgültigen Festlegungen von Bedingungen hinsichtlich der Weltherrschaft erreichen. Im Weiteren erklärte Billy im FIGU Bulletin, NONJER 1. Dass infolge seiner eigenen Berechnungen derjenigen vom PTA und einer Ratgebung des Hohen Rates die Russland-Hilfe der FIGU ins Leben gerufen wurde, die inzwischen leider eingestellt werden musste, an. Billy Infolge der unermesslich in die Höhe getriebenen Posttaxen 2. Die Prophetie bezüglich des von Russland ausgehenden wirklichen Friedens hat nach wie vor ihre Berechtigung. Daran erinnern die Worte des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der bei der Weltsicherheitskonferenz in München im Februar 2007 mutig und offen die folgende Wahrheit ausgesprochen hat. Die Atomgelüste von Iran und Nordkorea sind ohne Zweifel Gefahren für den Weltfrieden. Die größte Bedrohung geht jedoch von den USA und ihrem gierigen Streben nach uneingeschränkter Weltmachtstellung aus, dem sich der Rest der Welt in unterwürfiger Ja-Sager-Manier unterwerfen soll, wie es die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in naiver und blindgläubiger Hörigkeit zum völlig gewissenlosen US-Präsident Busch tut an. Billy, siehe auch Auszug aus dem 440. Nur ein totaler Rückzug aller militärischen und geheimdienstlichen Kräfte der USA und ihrer Verbündeten aus allen von ihnen besetzten Ländern könnte nach vielen Jahrzehnten einen wirklichen weltweiten Frieden bringen. Stattdessen lassen sich aber die Europäer aus Feigheit, Angst und hündischer Ergebenheit gegenüber den USA für deren kriegshetzerische Zwecke missbrauchen und glauben immer noch an den vorgeschobenen Krieg gegen den Terror. Welch brüllender Irrsinn! Stehen doch die USA selbst für den derzeit größten Terrorismus eines einzelnen Staates, der die Weltgemeinschaft und den Wunsch nach Frieden und Menschlichkeit mit Füßen tritt. Es wird Zeit, dass die Verantwortlichen Europas dies endlich erkennen und sich offen dagegenstellen, wie es Putin getan hat. Es wird Zeit, dass die Weltgemeinschaft und die Welt28-Krefte, die Weltgemeinschaft gering wird, Vielen Dank.